Wir haben gerade getanzt wie eine Boyband. Was? Das ist der... Der Toro. Wie geil das aussieht. Oh, meins geht irgendwie immer daneben. Oh, jetzt bin ich da dazwischen gerannt. Ins Fahrzeug einsteigen. Oh mein Gott, ich hab hier voll auf die Mumu gehauen. Wieso machst du sowas? Hier, ich hab mir einen Ökowagen geschnappt. Hier sind viele Autos. Tabulator, Karte. Oh, da gibt's so eine große Statue von denen. Hier hinter der Kirche gibt's irgendwo eine Statue. Okay. Wir werden dich getrunken. Submit zu Zinyak. Trust us. Die Straßenshelder sind ja auch super. Accept rule. Soll ich zum Quest-Dings fahren? Wo ist denn das? Ja, du musst auf die Karte zugreifen. Ja, da bin ich. Aber da seh ich... Ach, Waffen. Wir sollen nachher hier. Wir sollen erst mal die Waffen. Ja, und dann rechte Maustaste. Ja, das ist... Ich hatte gedacht, das wäre einfach nur der Shop, der da angezeigt wird. Go, go, Schatz. Dann würde ich einfach mal sagen, wir rasen da mal hin. Oh, yeah. Mann, oh, Mann. Für so einen Ökowagen hier ist gar nicht so schlecht das Ding. Ich glaube, ich ist ganz schön kacke. Ach, ist das nicht schön. Oh. Oh. Was machst du denn? Ich steige um. Willst du mich verarschen? Willst du weiter mit der Öko-Karre fahren? Nee, wir fahren gemeinsam jetzt hier nebeneinander. Guck mal, hier gibt's Kaube. Krass, du bist genauso schnell wie ich. Wie kann denn das sein, dass du genauso schnell... Jetzt fällt mir so ein... Oh, ich falle. Ich fürchte, ich muss schwimmen. Was, bist du unten? Ich bin ins Wasser gefallen. Und jetzt fahre ich auch mal runter. War ein schöner Crash. Du kannst, glaube... Ja, mit E ans Ufer-Warp brennen. Ja, hab ich schon gemacht. Wo bist du denn? Ach, da bist du. Ich hab wieder ein Auto. Sehr gut. Fertig nicht hinterher, komm. Na, komm. Okay. Oh, hier, Crime FM. Uh, ich hab kein Radio an. Nicht? Nee, ich hör nichts. Komisch. Hm. Bei mir spielt gerade Crime FM. Hörst du jetzt was? Oh. Nö. Vielleicht ist deine Musik zu leise? Ich weiß es nicht. Nee. Mann, aber der fährt sich gut hier, muss ich sagen. Meinst du? Hier gibt's Klamotten. Da müssen wir dann als nächstes hin. Huch, tut mir leid. Es kommt nicht wieder vor. Nein, nie wieder. We will get you. Basti? Ja. Meine Verbindung wurde unterbrochen. Das ist schlecht. Ich versuch mal... Du sitzt aber mit mir noch drin. Nein, jetzt nicht mehr. Ich versuch mal... Die Grundlagen gescheitert. Koops-Spieler getrennt. Oh. Ich komm krass nicht rein. Oh, baby, you... You got what I need. Are you saying he's just a friend? Are you saying he's just a friend? Oh, baby, you... You got what I need. Ist das clever hier? But you got no Internet. But you got no Internet. Oh, baby, you... You got what I need. But you got no Steam Connect. But you got no Steam Connect. Oh, baby. Oh. You got what I need. Ey, hier sind Zwillinge. Eine Blonde, eine Brünette. Schwarzhaarig. Und ein Typ, der... Und ein Typ, der... ...zwischen... ...denen herumgelaufen ist. You got what I need. But you say he's just a friend. He's just a friend. You got what I need. But you got no Steam Connect. Ich hab immer noch keine Verbindung. But you got no Steam Connect. Oh, baby, you... Ich bin auf jeden Fall wieder im Spiel. Hey, du Arschloch. Das ist mein Moped. Das ist mein fucking Problem, Alter. Wahrscheinlich ist das der, dem du es vorher geklaut hast. Das stand ja auf der Straße rum. So. Penner. Okay, ich werd jetzt beitreten. Das ist gut. Du müsstest das, glaub ich, auch noch bestätigen oder sowas. Das ist richtig. Geil. Gescheitert. Auftrag neu starten. Ja. Warten auf den anderen Spieler. So, jetzt. Hallo. Hallo. Bei mir schließt die Sophie und öffnet die Sophie. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich bin. Was ist real und... Was ist Traum und... Ja, ja, komm. Müssen wir das von ganz vorne machen? Wir müssen ja nur ein Stückchen fahren. Dann lass uns aber nicht die Dreckskarre nehmen. Nee. Da. Was denn? Das ist auch so eine Ölgokarre. Nee, ich dachte, da kommt jetzt... Oh, hier. Hier. Was? Wo? Hier, das. Wovon sprichst du? Hier, das. Alter, du fährst mit einem Wohnmobil? Ja. Du Arschloch. Entschuldige bitte. Habe ich dich überfahren? Nee, nee. Alles gut. Oh mein Gott. Das ist ein Rasenmäher. Ich habe ein Rasenmäher. Kann ich hinten aufsteigen? Warte, bleib stehen, bleib stehen. Ich glaube schon. Bleib stehen. Die will boxen. Geil. Wuhu. So. Dann, äh, fahr... War das ein Alien gerade? Keine Ahnung was, aber... Das ist ein hässlicher Mensch. So, dann erstmal Tapp. Ja. Und dann suchen wir uns auf der Karte. Ja. Geile Scheiße hier. Give him, du geiles Stück. Du bist so hübsch. Du bist so unglaublich hübsch. Die werden jetzt denken, ich... Ach, guck mal, wie schön das ist. Die werden jetzt denken, dass ich dich abge... Wie heißt denn das? Aufgerissen. Dass ich dich aufgerissen habe. Slalom! Nein. Oh. Wie du weggeflogen bist. Schön. Oh, das war elegant. Ja, ähm, du hast jetzt ein bisschen viel Gewicht hinten drauf. Ja. Vielleicht können wir einen Wheelie machen. Ja, auf dem einen Rad. Wuuu. Oh, Baby, you. Wupp, wupp. Tschau, joh. Was hörst du denn für einen Radiosender? Ich höre... Jetzt... 420. Es ist so ein... Joh. Ich will ein... 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 Ach, da. Ich weiß nicht. Vielleicht. Warum? Reggae. Ich mach mal bei mir ein bisschen lauter. Der Korpsspieler hat das Spiel pausiert. Ernst du? Oh, das tut mir leid. Nee, ist ja kein Problem. Nee, ich dachte, das kann ich einfach so machen. Was ist denn das hier für eine... Scheiße! Sorry, ich bin... Ich hab's nur lauter gemacht. Oh, Baby. Damit die auch definitiv... Ich hab's, was ich brauchst. Die Gamer am Arsch haben? Ja. Ich hab's recht leise. Ich glaube, bei mir wird das kein Problem sein. Das hört man nicht. Da reden wir doch drüber. Ah, mittlerweile ist YouTube da echt ganz gut. Aber egal. Weißt du was? Pick die Gamer! Oh, oh, oh! Oh! Entschuldigung, ladies and gentlemen. Wir sind eure Präsidenten. Was war denn das für ein dickes Moppelchen? Ich. Achso. Ja. Warte! Was denn? Der ist viel besser. Warte. Ich drück mal auf die zwei. Nee. Ich kann mich nicht umsetzen, glaube ich. Ist doch egal. Aber komm ruhig rein. Hauptsache, du bringst es nicht um. Na ja. Gib ihm! Kann ich schießen? Nee, du hast noch keine Waffe. Deswegen kommen wir jetzt zum Waffen ab. Nee, kann ich irgendwie was... Nee, ich kann nichts machen. Das war falsch. Nee, das war richtig. Entschuldigung, bitte. Ey, ich gehe gleich zu Fuß, Mann. Oh, hier. Ja, ja, ja. Und raus. Oh, siehst du die Ziegel hier? Hast du die Ziegel gesehen? Die bewegen sich manchmal. Ziegel? Da. Achso, ja. Die Ziegel bewegen sich manchmal. Weißt du was? Ich glaube, die hatten... Die haben einfach keinen Bock auf das Spiel gehabt und haben das überhaupt nicht richtig programmiert. Ja, wahrscheinlich. Und dann haben sie gesagt, ach komm, lass irgendeine scheiß Cyberwelt nehmen. Genau. Können wir das so verkaufen. Ab und zu verkaufen. Ich kaufe... Ich kaufe erst mal ein paar Waffen. Eine Waffe. 1.000 habe ich. Mhm. Ich glaube da... Preis 100 kostet die... Oh, kostet alles nur 100. Echt? Kostet alles nur 100. Dann kaufe ich mir alles. Ja, so sieht das aus. Hey, hey. Wo muss ich denn da für drücken? Achso. Dann musst du auf die Waffe drücken. Ja, ja. Das ist okay. Munition kaufen. Upgrade. Magazingröße. Aha, aha, aha. Nee. Abbruch. Äh. Zack. Anpassen. Standard getupft. Das kostet ja auch alles nur... Oh, Spreng Munition sieht gut aus. Hier war doch gerade was. I like... I like... This shit. Oh, yeah. Schaden. Schaden verbessert. Ah, da kann man... Also nach und nach... Mhm. Das ist ja interessant. So, eure Munition kostet allerdings 20.000. Oh. Das tut mir leid. Da kannst du ja nichts für. Also es ist ja jetzt nicht so schlimm. Vergoldet. Steigen Sie bitte aus dem Auto aus. 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 Das ist der Knaller. Alter, ey. Das ist so geil. Das ist so... Ich weiß nicht, ob der das nochmal macht. Oh, shit. Polizei. Boah, ey, die Waffe ist ja mal... Die sterben irgendwie nicht. Oh, zack. Doch, doch. Oh, hi. Ach, hier ist ja noch jemand. Was hast du denn? Ich bin eine Waffe. Mehrere. Hallo? Nee, aber gerade so am Schlüssel. Ich bin fast tot. Was schießt ihr auf mich? Na, ich... Bring die mal um. Drück mal E oder sowas. Und dann kannst du dir die Pluspunkte auf den Boden... Hier, da, die blauen Pluspunkte. Ja, ja. Hier, komm mal her. Oh, shit. Was denn? Ach, komm, wir fahren einfach hier im Auto. Oh, das ist ja immer ein schönes Auto. Muss man einfach mal so festhalten. Peacemaker. Ja. Trust and obey. Steht uns. Wir sind... Wir sind sehr... Sehr, sehr edle Gentleman, wenn ich so in unsere Gesichter gucke. Doch, wir sind echt... Wir sind Gentleman. Auf jeden Fall Brillen auf. Ja, eben. Das... Kann ich ein... Oh, guck mal, wer hier ist. Das ist ja cool. Töte du sie. Fahr du sie einfach um. Ja, ich versuch's. Oh. Sehr gut. Wenn das Auto brennt, ist zu spät, dann müssen wir aussteigen oder so. Weg, du Arsch. Oh, Entschuldigung. Dich heute. Jawohl. Tut mir leid. Bisschen Schwund ist immer. Oh, da ist schon wieder jemand geflogen. Das ist ja ungünstig. Oh, der ist der andere Mann. Was ist das? Ich steig mal aus. Ich krieg dir irgendwie nicht so hin, ne? Andere Waffe. Andere Waffe. Ja, doch. Versteck dich lieber oder so. Oh, Leben. Da ist einer hinter dir auf der Straße. Dass die echt mit den Cops gemeinsame Sache machen, das ist ja wohl nicht zu fassen. Das ist nicht zu fassen. So, ich steig mal aus und bring den Kopf um. Ja. Das hat niemand gehört. Zack, der ist tot. Und F. In die Alien-Eier. Wuhu. So, was ist das jetzt für eine Scheiße hier? Was ist falsch mit meinem inneren Sanctum? Du hast nicht gesagt, dass es nichts falsch war. Hört. Äh. Was? Hier. Ja. Ich habe jetzt einen Alien-MG. Oh. Oh mein Gott. Liegt das hier irgendwo rum? Ja, und das lag hier rum. Das ist ein Problem, ey. Hier drüben bei mir liegt das rum. Glaube ich. Ne, das ist Müll. Das ist Müll, Entschuldigung. Was ist das denn hier? Wie läuft es? Wer weiß, wer weiß, was es ist. Da schießt schon wieder was auf uns. Ja, von der Straße aus. Äh. What the fuck? Die hat zu viel Kopf hingehängt. So. Hat jemand sein Auto geparkt? Ich nehme mir das mal. Wupp, wupp, wupp. Ach, da ist er. Ne, 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 ne. Oh. Das geht ja richtig ab. Oh, das Auto ist ja mal. Ja, ich komme einfach mit rein. Der geht richtig ab, der, der, der Wagen. Zieh ab, Alter. Zieh ab, Alter. Guck dir den mal an hier, mein Lieber. Raincoaster. Baby, Baby. Fadde. Das ist mal heiß. Heiße Kamera. Das sage ich hier, du. Oh. Oh. Der hat ein Fahrrad auf dem Kopf. Also, das Auto. Entschuldigung. Oh, das tut mir leid. Warte, ich schieße nochmal drauf, dass es auch vorbei ist. Alles klar. Sie ist tot. Oh. Das ist Wasser. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wupp, wupp. So, rein hier. Ne, hättest du auch reinfahren können. Ich mach das zu Fuß. Ich muss ja fit bleiben. Und für dich, dir schadet es auch nicht, Fräulein. Hätt bloß die Klappe. Sonst stöhne ich wieder beim Sex. Na? Nie. Noch. Was ist denn hier? Ich hör die ganze Zeit noch immer das Autoradio, ne? Bei mir spielt die ganze Zeit Musik. Hier gibt's, äh, Fernsehen. Ach, cool. Was Schönes? Ich weiß nicht. Standbilder. Das ist doch immer schön. Kann ich? Ne. Kann ich nicht. Gar nicht Standbilder. Oh. Die Grundlagen geschafft. Die Grundlagen. Wuhu. Yay. Gebaggelt. 2007. 2000 Ecken, ja. Und. Ah, okay. Level 2. Fahrzeuglieferung. Während du in einem Fahrzeug bist, kannst du mit, es ist mit N speichern. Das ist ja geil. Das ist sehr praktisch. Oh ja. So, jetzt hat mir jemand auch mein persönliches Radio ausgeschaltet. Achso, und wir haben natürlich Upgrades, ne? Mit Tabulator kannst du die sehen. Da gibt's eben, ähm. Upgrades. Genau, so Gesundheitsschaden. Fehlkeiten, Gesundheitsschaden, Koni. Das ist so ein Kram halt, was du eben haben willst. Alles gut? Ja, jetzt ja. Hehehehe. Gesundheit. Upgrade. So, aber ich, ich will bitte, bevor wir eine neue Quest machen. Ja. Ja, hätte ich gerne eine neue Antüge. Das, äh, können wir machen. So. Runter hier. Hüi. Hui. Vor dem Bauchklatscher. Ja, bei mir auch. Voll auf den Boden, Alter. Voll auf den Boden. Deswegen hat hier gerade das Spiel so gezittert. Aha. Machst du jetzt immer dicken Witze, ja? Na klar. Ferti. Was machst du denn da? Ich will einsteigen. Ich will einsteigen, aber du fährst ja die ganze Zeit. Steig doch rein! Oh. Fert du mal? Hahaha. Ja, 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 ja.